Wird Deutschland, nachdem es 60 Jahre schüchtern Mitläufer war, in diesem Jahr endlich zur Raumfahrt-Nation? Das private Raketen-Startup Isar Aerospace setzt alles daran, diesen Traum von uns Raumfahrt-Fans zu verwirklichen. Senkrechtstarter war in den heiligen Hallen in der Nähe von München und konnte sich die Produktion ansehen und mit den Menschen sprechen, die das möglich machen wollen. Mit welchen Produktionsverfahren Isar Aerospace arbeitet, wie das Aquila-Triebwerk funktioniert und warum sein Treibstoff, dem Methan von SpaceX und Blue Origin, überlegen ist, das klären wir heute. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrt-Kanal im deutschen Sprachraum. Das war im März schon ein Hammer, der selbst im englischen Sprachraum Wellen geschlagen hatte. Nach weiteren 155 Millionen Euro, die Isar dieses Jahr eingesammelt hat, stieg das Gesamtfinanzierungsvolumen von Isar auf über 310 Millionen Euro. Damit ist Isar Aerospace das kapitalstärkste unabhängige New Space Unternehmen in der Europäischen Union. 155 Millionen Euro waren nicht nur für Europa viel, sondern auch eine der weltweit größten Raumfahrt-Finanzierungsrunden bisher in 2023. Ein Grund, den Investoren wie Porsche und Early Bird Venture Capital mit überzeugt haben dürfte, ist, dass die Starts von Isar bereits für die ersten Jahre nach dem Erstflug ausgebucht sind. Gegründet wurde Isar Aerospace übrigens 2018 von Daniel Metzler und Josef Fleischmann. Mittlerweile hat Isar Aerospace über 350 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus 40 Nationen an diversen Standorten in Europa und einem Vertrieb in den USA. Aber das Herz schlägt in Ottobrunn bei München. Und wir haben uns auch genauso 2018, als wir gegründet haben, gefragt, wie kann es sein, dass dieses gesamte Know-how, das hier in Europa ist, einfach nur rumliegt und keiner was damit macht und das wirklich mal nutzt und quasi auch hier versucht, einen globalen Player aufzubauen, der nicht nur eben abhängig ist von Steuergeldern. Mein Interview mit Daniel Metzler, dem Mitgründer und CEO von Isar, das verlinke ich euch in der Beschreibung. Auch wenn gerade die Ankündigung die Runde gemacht hat, Isar wird auch von Kuro in französisch Guyana starten. Der Erststart wird von der Insel Andoja in Norwegen erfolgen. Auf dem ersten Startplatz des Andoja Spaceports baut Isar aktuell die Startinfrastruktur auf, um hoffentlich in der zweiten Hälfte diesen Jahres von dort seine Spectrum-Rakete zu starten. Die Spectrum-Rakete ist 28 Meter lang und hat einen Hauptdurchmesser von zwei Metern und soll eine Tonne in den niedrigen Erdorbit befördern können oder 700 Kilogramm in den für die New Space sehr interessanten sonnensynchronen Orbit. Die Struktur besteht hauptsächlich aus kohlefaserverstärktem Kunststoff CFK und als Treibstoff kommt flüssiges Propan und flüssiger Sauerstoff zum Einsatz. Propan? Ist das nicht das Zeug für den Campingkocher? Ja, genau. Warum der Einsatz von Propan eine extrem gute Idee von Isar Aerospace ist, das klären wir gleich. Zuerst wollen wir uns die Raketenstruktur und deren Fertigung genauer ansehen. Also klar, CFK ist ein Werkstoff, der in hochbelasteten Bauteilen verwendet wird, auch in der Luftfahrt, auch im Automobilbereich. Aber die Betriebsbedingungen, die wir haben, sprich vor allem die Temperaturen, mit denen wir arbeiten müssen, sowohl minus 190 Grad Celsius, wo unsere Treibstoffe sind, als auch über 1000 Grad Celsius, da wo unsere Triebwerke sind. Das ist eine Herausforderung mit Verbundwerkstoff, weil du eben, wie der Name Verbundwerkstoff sagt, verschiedene Materialien hast, die zusammenkommen in diesem Verbund, die sich bei verschiedenen Temperaturen anders verhalten, sich verschieden ausdehnen und zusammenziehen. Und das ist eine Herausforderung, damit zu arbeiten, die Lagenaufbauten so zu konstruieren, dass das alles zusammenpasst, die richtigen Materialien zu verwenden. Gerade auch zum Beispiel mit Flüssigsauerstoff, der tatsächlich mit so ziemlich allem verbrennen möchte, da einen Werkstoff zu finden, der sich damit verträgt. Und das war auch die Herausforderung, die wir von Anfang an als die größte eingeschätzt haben und wirklich viel Zeit und Gehirnschmalz reingesteckt haben, um da die richtigen Kombinationen zu finden und die richtigen Designregeln herauszufinden, wie wir diesen Werkstoff in diesen Bedingungen einsetzen. Da die Festigkeit von CFK fast ausschließlich durch die extrem reißfeste Kohlenstofffaser kommt, möchte man einen möglichst geringen Kunststoffanteil im Verbund. Genau hier liegt dann aber des Messers Schneide zwischen sehr leichtem Hochleistungswerkstoff und Versagen durch zu wenig stützende Matrix, aus der sich dann die Fasern lösen können. Das optimale Verhältnis aus Faser und Kunststoff wird industriell voreingestellt. Mit zwei riesigen Wickelrobotern legt Isadan diese vorimprägnierten Kohlefasern auf die jeweils benötigte Form. Nachdem der CFK-Rohling gewickelt wurde, geht er in den Ofen. In einer riesigen Spezialruhe kann sowohl Hitze in das Laminat eingebracht werden, als auch durch den richtigen Einsatz von Über- und Unterdruck die optimale Presskraft für das Aushärten des Verbundwerkstoffs aufgebracht werden. Diese Apparatur nennt man Autoclave und auch wenn die CFK-Rohlinge auch bei Raumtemperatur fest werden würden, sorgt der Autoclave für das optimale Verbacken der Fasern mit dem verbindenden Kunststoff, der sogenannten Matrix. Der Autoclave ist übrigens einer der größten, die der Hersteller bisher gebaut hat. Durch die Temperaturerhöhung im Autoclaven erhöht sich nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit und damit der Aushärtungsprozess, sondern durch das Tempern kitzle ich nochmal die letzten Prozentpunkte an Festigkeit aus dem Kunststoff heraus und erhöhe seine Temperaturbeständigkeit. Ich muss gestehen, ich stand dem Werkstoff CFK für Anwendung mit Kryogen Sauerstoff immer sehr kritisch gegenüber. Grund waren die Berichte zu Selbstentzündungsverhalten von Sauerstoff und der Kunststoffmatrix durch die Energie, die beim Reißen der Kohlenfasern aufgebracht wird. Gerade hier wäre laut ISA Aerospace auch besonders viel Entwicklungsarbeit nötig gewesen, um eine Materialkombination zu finden, die dieses Verhalten eben nicht zeigt. Das war eine sehr große Challenge. Die hat uns viel Kopfzerbrechen bereitet, hat uns aber auch viel Spaß bereitet am Ende, weil wir wirklich die gesamte Palette an Dingen sehen konnten, die man mit so einem Werkstoff machen kann. Wir haben teilweise heftige Reaktionen mit Sauerstoff gesehen. Wir haben Feuer gesehen in Umgebungen, wo man Feuer sehen darf, wo wir das tatsächlich auch testen wollten, ob sich etwas entzündet mit Sauerstoff. Es hat viel Spaß gemacht. Es war ein langer Weg zu einem funktionierenden Produkt, aber das haben wir jetzt gefunden und da sind wir auch sehr stolz drauf. Ein gutes Gefühl für die Größe der Rakete bekommt ihr, wenn ihr mich vor der Nutzlastverkleidung seht. Das Bauteil wird übrigens auch auf dem ersten Flug der Spektrum zum Einsatz kommen. Wie der Großteil der Struktur ist auch das Fairing aus CFK. Die braune Farbe kommt aber durch den Naturstoff Kork. Das leitet Wärme quasi überhaupt nicht. Klingt vielleicht wie ziemlich low-tech, immer das auf einer Rakete zu verwenden, ist aber tatsächlich sehr, sehr gängig für so Hitzeschilder auch in der Raumfahrt noch. Und ich durfte eben schon mal eins anheben, das darf ich jetzt wahrscheinlich vor der Kamera nicht machen oder so, aber ich kann euch sagen, es ist abgefahren leicht. Also wir beide könnten das an beiden Enden nehmen und einmal heben, wäre gar kein Problem. Das gesamte Interview mit Marco Stemer, dem Vizepräsidenten für die Rakete, das verlinke ich euch in der Beschreibung. Angetrieben wird Isas Spektrum-Rakete von insgesamt zehn Akila-Triebwerken, neun in der ersten und ein Vakuum optimiert das in der Oberstufe. Genau, also dann muss man natürlich Änderungen vornehmen zwischen beiden Stufen, aber das so minimal, sodass die beiden Produkte sehr ähnlich sind, sodass man von einem Produkt zu einem anderen Produkt sehr gut was übertragen kann. Die Anzahl 10, die findet man sehr häufig im U-Space. Wenn man für beide Stufen das gleiche Triebwerk verwenden möchte, dann gibt die Oberstufe eigentlich die maximale Triebwerksgröße schon vor. Wenn ich jetzt schaue, wie viele Triebwerke dann in einer potenten ersten Stufe sinnvoll wären, dann landet man fast automatisch bei neun Triebwerken. Aber wir haben beim Akila von Isar weitere Parallelen zum Merlin-Triebwerk, das SpaceX an den Falcon-Raketen einsetzt. Auch das Akila-Triebwerk von Isar setzt auf einen offenen Gasgeneratorzyklus. Das heißt, ein Teil des Treibstoffs wird in einem Nebenstrom an der Brennkammer vorbei, in einer Extra-Verbrennung abgezwackt. Und die Energie, die dort frei wird, wird zum Antrieb der Treibstoffpumpen genutzt. Das Abgas wird dann neben dem eigentlichen Hauptstrom der Brennkammer ausgestoßen und trägt nicht wirklich zum Impuls und Vortrieb bei. Dabei geht zwar potenzieller Impuls verloren, dafür sind so sehr leichte Triebwerke möglich. Das Merlin von SpaceX hat zum Beispiel das beste Schubgewichtsverhältnis aller Erststufen-Triebwerke. Wie schwer das Akila von Isar aktuell ist, das kann ich euch nicht sagen, nur so viel, dass ich es selbst gerade so anheben könnte. Und bevor in den Kommentaren Fragen zur Wiederverwendung kommen. Isar hat bisher zwar gesagt, dass die Systeme der Spectrum mit Blick auf Wiederverwendbarkeit designt sind und Wiederverwendbarkeit eine wichtige Priorität ist, bislang aber nicht offiziell detailliert über das Thema Wiederverwendung gesprochen. Dennoch hat man sich bei Isar in der Entwicklung sehr genau angeschaut, was das Akila-Triebwerk für eine Erststufen-Wiederverwendung können muss. Bevor wir uns anschauen, wie das Triebwerk gefertigt wird, warum Isar Aerospace auf Propan setzt und warum das deutlich besser ist als das Methan, was SpaceX im Starship verwendet. Wenn dir das Video bis hierher schon gefallen hat, gerne ein Like da lassen, so weiß der YouTube-Algorithmus dann, was ein gutes Video ist und schlägt es so mehr Menschen vor. Vielleicht können wir ja so den deutschen Spracher für Raumfahrt begeistern. Das Akila-Triebwerk wird in großen Teilen im 3D-Druck hergestellt. Fun fact, die Drucker sind nach Apollo-Astronauten genannt. Das komplette Design des Triebwerks wird intern gemacht. Also wir haben unsere eigenen Tools, wir entwickeln unsere eigenen Tools und wir bauen dann das selber mit 3D-Druck und dann testen wir auch selber. Dadurch ist dieser ganze Design-Iterationszyklus bei uns in-house. Und daraus können wir lernen, sehr schnell Änderungen vornehmen und nochmal sehr schnell testen. Das Verfahren, das zum Einsatz kommt, nennt sich selektives Laser-Sinter-Verfahren oder kurz SLS. Dabei wird ein Metallpulver auf ein Druckbett aufgebracht, das dann über mehrere Laserstrahlen selektiv, also nur an bestimmten Stellen, aufgeschmolzen wird. Ist eine Schicht gedruckt oder eine Schicht vollendet, fährt das Druckbett um eine Schichtdicke nach unten und eine neue Pulverschicht wird aufgebracht und dann wieder durch den Laser aufgeschmolzen. So können sehr filigrane Strukturen, wie sie beispielsweise für die Kühlkanäle der Düse nötig sind, gefertigt werden. Damit das nicht aufgeschmolzene Metallpulver aus diesen Hohlräumen nach dem Drucken entfernt werden kann, muss der Konstrukteur spezielle Spülöffnungen vorsehen. Durch die kann dann mit Druckluft und oder einer Speziallösung das Pulver ausgetrieben werden. So sind dann Geometrien möglich, die mit traditionellen Fertigungsverfahren undenkbar waren. So kann dann die Funktion im Vordergrund stehen und um die Fertigung muss man sich ein Stück weit weniger Gedanken machen. Aber auch für die Entwicklung hat der 3D-Druck seine Vorteile. Und was 3D-Druck natürlich da mit sich bringt, ist auch eben diese Schnelligkeit, dass man schnell nochmal drucken kann innerhalb von ein paar Wochen und dann hast du das Teil wieder am Prüfstand. Und bei dieser Triebwerksgröße lohnt es sich nochmal mehr, weil eben diese Brennkammer auch in den 3D-Drucker passt, was wir haben. Größer wäre nochmal eine Herausforderung gewesen, mit der Größe macht es durchaus Sinn. Aber was ich über 3D-Druck sagen kann, schnellere Iterationszyklen und flexiblere Designmöglichkeiten. Ich weiß zwar aus welchem Material und warum Isa das Triebwerk so fertigt, aber ich habe den Jungs und Mädels versprochen, dass ich das für mich behalte. Funfact nicht, die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Laserstrahlen sind der limitierende Faktor für die Druckgeschwindigkeit, sondern die Frage, wie schnell das Metallgefüge nach dem Aufschmelzen abkühlt und so für die nächste Schicht bereit ist. Zwar brauche ich für jeden Druck die Bauteilhöhe mal Druckbettfläche an Metallpulvervolumen. Da Isa hier einen Recycler einsetzt, der das nicht aufgeschmolzene Pulver wieder aufbereitet, hält sich der Metallverbrauch aber in Grenzen. Tatsächlich ist Deutschland führend auf dem Gebiet der selektiven Laser-3D-Drucker für Triebwerke des New Space. Wenn euch das Thema mehr interessiert, dann schreibt mir gerne unter dem Video. Bevor wir uns die Treibstoffkombinationen Flüssig-Sauerstoff und Flüssig-Propan von Isa genauer ansehen, will ich noch etwas mehr auf den Maschinenpark von Isa eingehen. Wenn ich bei Isa durch die Fertigung gelaufen bin und viele der Maschinen aus meinem früheren Berufsleben im Schiffsmaschinenbau kannte, wurde ich den Eindruck nicht los, dass hier nicht nur einzelne Raketen gebaut werden sollen. Im Moment, was wir hier machen, ist Prototypenfertigung. Das heißt, auch in der Produktion ist momentan das Stichwort Flexibilität. Wir wollen in der Lage sein, mit dieser Produktion sehr, sehr schnell unsere Prototypen zu fertigen. Das heißt, ständig iterieren, ständig die Designs anpassen. Teilweise während dem Fertigungsprozess noch mal schnell zu dem Techniker an der Maschine gehen und sagen, neue Zeichnung machst du. Die Flexibilität müssen wir haben, aber gleichzeitig müssen wir hier für die Serie schon vorsorgen. Was tatsächlich manchmal verschiedene Prozesse benötigt, aber beides mitgedacht. Und am Ende, so in der Serie als auch jetzt gerade, haben wir immer noch das gleiche Ziel, nämlich möglichst schnell unsere Hardware durch die Produktion gekommen, möglichst schnell iterieren können und dann später möglichst viele Raketen bauen und starten können. Jetzt aber zum Propan. Viele der Technologien, die ISA einsetzt, sind mittlerweile typisch für den New Space. Ein Alleinstellungsmerkmal, das ich bisher noch bei keiner anderen Rakete, die kurz vor dem Start steht, gesehen habe, ist die Wahl des Treibstoffs. Ich muss gestehen, sehr lange konnte ich mir keinen Reim darauf machen. Tatsächlich ist die flüssige Kombination von Propan und Sauerstoff beim volumenbezogenen Energiegehalt, den Methan, wie es SpaceX am Starship einsetzt, aber auch Kerosin und anderen Kohlenwasserstoffen, deutlich überlegen. Das Geheimnis liegt im niedrigen Schmelzpunkt von Propan. Das heißt, ich kann es sehr weit herunterkühlen, bevor es fest wird. Und zwar deutlich tiefer als Methan. Jetzt leuchtet erst einmal ein, denke ich, dass die Dichte beim Herabkühlen abnimmt, die innere Energie eines Stoffs sinkt und die Moleküle brauchen dann weniger Platz. Es gibt ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel Wasser, das seine höchste Dichte bei 4 Grad hat. Kühle ich Wasser dann weiter ab, verringert sich seine Dichte wieder. Das Stichwort heißt Dichteanomalie. Propan hingegen kann man immer dichter packen, je kälter es wird. Und da Propan den niedrigsten Schmelzpunkt aller einfach gebundenen Kohlenwasserstoffe hat, ist die Dichtezunahme beim Herabkühlen auch besonders hoch. Denn nicht nur der Schmelzpunkt ist besonders niedrig, auch der Siedepunkt ist mit minus 42 Grad Celsius besonders hoch. Methan zum Beispiel wird hier bei Umgebungsdruck erst bei minus 162 Grad Celsius flüssig. Der Grund, warum Propan zusätzlich einen niedrigeren Schmelzpunkt als Methan hat, ist, ähnlich zur Dichteanomalie des Wassers, in der Raumgitterstruktur zu suchen. Als Molekül ist das Propan einfach nicht besonders geschmeidig und lässt sich nicht sonderlich eng in ein stabiles Gitter mit seinen Propan-Nachbarmolekülen packen. Je instabiler ein Kristallgitter ist, desto niedriger der Schmelzpunkt. Aber ich schweif ab. Der niedrige Schmelzpunkt führt neben der Dichtererhöhung dann dazu, dass sich Propan und Sauerstoff bei der gleichen Temperatur in die Rakete füllen kann. So heizt nicht der eine Stoff den anderen, was sonst zu Verlusten führen würde. Weitere Vorteile von Propan sind die gute Verfügbarkeit und der im Vergleich zu hochraffinierten Produkten geringe Preis. Für das Handling und die Bevorratung ist es zusätzlich spannend, dass sich Propan bei 20 Grad Raumtemperatur schon mit etwas über 8 Bar verflüssigen kann. Ich brauche also keine große Tankfarm. In unserer heutigen Zeit natürlich auch sehr wichtig. Während Methan 25 Mal so schädlich ist wie die gleiche Menge CO2, ist das Treibhausgaspotenzial von Propan mit 3,3 deutlich geringer. Sehr, sehr viele Vorteile, die ja schon irgendwie die Frage aufwerfen, warum das bisher niemand gemacht hat. Wie das Starship von SpaceX deutlich mehr Nutzlast befördern könnte, wenn es mit Propan statt Methan betrieben würde, das schauen wir uns das nächste Mal an. Spoiler, der Unterschied ist gewaltig. Ihr könnt euch vorstellen, dass der Besuch und das Anfassen von Raumfahrt, Hardware, Triebwerkstechnologie und Off-the-Record-Gesprächen mit den ISA-Führungskräften wieder Besuch im Süßigkeitenladen waren. Auch habe ich mich unglaublich gefreut, dass ich nur Menschen gesehen habe, die Bock auf ihren Job hatten und deren Augen leuchten, wenn sie von ihrem vielleicht kleinen, aber wichtigen Beitrag für das Gemeinschaftsprodukt Spektrum von ISA Aerospace gesprochen haben. Mein ganz persönliches Highlight war aber, dass bei unserem Rundgang durch die Fertigung immer wieder Produktionsmitarbeiter kurz ihre Arbeit eingestellt haben, um mir die Hand zu schütteln und zu sagen, Mo, wegen dir und Senkrechtstarter bin ich hier. Durch dich bin ich zur Raumfahrt gekommen und bei ISA habe ich meine Bestimmung gefunden. Da ging mir wirklich das Herz auf. Und ja, wenn ISA den Orbit erreicht, werde ich vielleicht insgeheim für mich ein kleines bisschen denken, Mo, da hast du mit Senkrechtstarter ein Stück weit mitgeholfen. An dieser Stelle geht ein riesen Dankeschehen an ISA Aerospace für die Einladung, insbesondere an Tina und Juliana, die das organisiert haben. Aber natürlich auch an euch. Vielen, vielen Dank an alle Schutzengel, die Senkrechtstarter durch ihren regelmäßigen Spendenmonitor unterstützen. Gerade diese Außeneinsätze, die sind nur möglich mit eurer Unterstützung. Vielen, vielen Dank dafür. Hashtag Team Space. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, den Daumen nach oben nicht vergessen. Deutschland steht kurz davor, mit eigenen Trägerraketen endlich eine wahre Raumfahrtnation zu werden. ISA Aerospace ist da ein ganz heißer Kandidat, der das als erstes ermöglichen könnte. Abgefahren, was da aktuell in der Raumfahrt abgeht. Ich kann euch versprechen, die Zukunft der Raumfahrt, die wird unglaublich. Unser persönlicher Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.